Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Baker. Jack und Marguerite Baker. Aber sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaft. Ach, Mist! Warum hab ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? André? André! André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich mein, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir. Was war das denn? Hast du es gehört? André, wo bist du, Mann? André, wo bist du, Mann? Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung! Du zuerst! Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Ich, du zuerst! Ich bin nicht sicher. DIE! 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 Oh, oh, oh. Oh, du hast doch diesen Typen hier. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist zwei Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau, wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt.